Logan, was hast du getan? Charles, die Wild ist nicht mehr, wie sie war. Mutanten gibt es nicht mehr. Was ist sie? Sie ist wie du. Fast genau wie du. Sie braucht unsere Hilfe. Es wird jemand kommen. Jemand ist gekommen. Und du könntest es haben. Mein Empire of Dirt. Ich werde dich unterbauen. Ich werde dich verletzen. Ich werde dich verletzen. Ich werde mich halten. Ich werde dich verletzen. Logan, du hast immer noch Zeit. Du hast mich recht. Go Bist du sagst. Und. Wenn du... Vielen Dank.